Ist das das erste Mal Lachgas bei euch? Nein. Ja. Okay, und los! Du musst in den Ballon wieder reinatmen und ausatmen. Das ist lustig. Leicht auf damit. Genau so. Der Keks. Uuuuh. Alter, bei mir vibriert... Der vibriert... Boah, das ist voll schlimm. Boah, der... ALLE... Das ist voll schlimm. Ich hab es dann... Ja. Genau das mein ich. Alter, meine Hände zittern. Siehst du das? Oh krass, ich hör vor den Sound, als ob jemand so... So... Und dann redest du wie so... Jaaaa. Nein, nein, nein. So hört sich das bei mir an, aber so geht es... Geht es wirklich weg nach 20 Sekunden? Ja, ich sag mal, ne Minute maximal. Wow. Du musst den Rest auch noch einatmen. Wow. Und dritten halten. Das ist voll schlimm. Das ist voll geil. Oh, zu langsam. Warte. Und schon ebts wieder ab. Was ist das für ein Flash? Das ist gerade so... Uuuuuh. Wie krass ist das denn? Das ist voll krass. Alter, Frank. Aber es geht auch voll schnell wieder weg. Ja, aber du hast auch das Gefühl, die Hände... Voll. Du hast voll so dieses... Summen in den Händen. Du hast wie so ein Morph... Morph... Äh... Piep, 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 piep. Und dann nur in den Piepsekunden nimmst du irgendwas wahr. Versteht man gerade, was ich rede? Ist ja auch falsch. Es ist sehr lustig. Bei mir ist es wieder vorbei. Check. Und was... Würdet ihr dir empfehlen? War es schön? Boah. Es ist gut, dass es weg geht wieder nach... So schnell, weil es macht ein bisschen Angst, aber es ist echt krass kurz. Beim zweiten Mal macht es schon weniger Angst, glaube ich. Ja? Ja. Ey, beim ersten Mal gerade, aber es ist lustig. Ich kann abhaken auf meiner To-Do-Liste Lachgas mal. Ja, sehr geil. Genau. Konsumiert. Sehr geil. Witzig. Danke, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Viel Spaß den anderen.